So, und einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen hier zum LS19 noch einmal. Und wir möchten euch mal ein kleines Video noch hier zeigen, was wir noch ein kleines vorbereitet haben für das Jahr 2021. Und mit am Start ist der gute Carsten. Hallo. Hallo Philipp. So, ähm, genau. Wir möchten uns bei euch natürlich bedanken für die ganze Zeit im Jahr 2021. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt natürlich alle gesund und bleibt natürlich so, wie ihr alle seid. Und wir haben hier noch was kleines vorbereitet. Und ja, wir lassen gerade noch mit der Zeit mal ein bisschen laufen und gucken uns das mal an, wie es hier aussieht. Weil wir auf den Berg noch oberhalb Overn hingestellt haben. Und ja, wir gucken uns das mal an, weil hier kamen ja noch ein paar neue Sachen dazu. Aber wie gesagt, also wie gesagt, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Genau. Bleibt alle gesund und munter. Feiert schön. Kommt gut ins neue Jahr. Viel Glück und viel Gesundheit euch allen. Und ja, noch was zu sagen, Carsten? Und natürlich viel Glück in der Liebe euch allen da draußen. Stimmt. Und natürlich, genau, einen guten Rutsch ins neue 2022. Genau. Wir haben hier zum Beispiel, ähm, die Schilder hier stehen. Farming Simulator 19. Dann steht hier Danke für die ganze Zeit im Jahr 2021. Und hier steht nochmal, Farming Simulator 22. Genau. Und je später der Tag wird, desto dunkler wird er. Und desto eher fangen die Schilder hier auch alle anzuleuchten. Wir haben uns hier mal gesagt, wir fangen hier an und gucken uns das mal gerne mal an. Und ja, wir sind mal mal gespannt drüber. Und die Karte hier ist natürlich die schöne Erlenkarte. Ist auch eine super schöne Karte. Die es auch am 22er gibt. Genau. Und ja, wenn euch das Video gefällt, natürlich könnt ihr ein Like und ein Abo beim Philipp da lassen. Würde sich Philipp riesig drüber freuen. Genau. Danke dir, Carsten. Und wie gesagt, auch an die ganzen Partner. Vielen lieben Dank euch. Vielen lieben Dank für die Zeit. Und wir sehen uns und hören uns auf jeden Fall im neuen Jahr natürlich. Und hoffe auch auf immer gute Zusammenarbeit, egal was kommt. Und ja, wir warten einfach mal ein bisschen ab, was hier so passiert. Und ja, nochmal gucken. Genau. Und lasst natürlich ein Like und ein Abo bei unserem lieben Marcel, also alias dash 69. Da. Genau. Und natürlich die Glocke aktivieren. Genau. Beim Alex, der Krieger, dasselbe. Genau. Und natürlich beim Ultra Block, also in Didi. Genau, beim Didi auch noch. Genau. Also die Karte ist schon schön gemacht hier mit dem ganzen Wetter und so. Ist jetzt nur die Karte im LS19, ne? Liebe Leute. Ja. Und im 2022 hast du ja noch mehr detaillierter und besser gemacht. So, jetzt haben wir doch schon. Bitteschön. Einmal die Zeit mal an. So sieht man es. Dreh dich mal um, Carsten. Du siehst es. Dankeschön. Genau. Ich glaube, da oben haben wir ja noch was stehen, Philipp. Ja. Ah, also hier steht natürlich Farming Simulator 19, dann groß, wie gesagt, danke für die Zeit und Farming Simulator 22. Genau. Dann hat Carsten, dann hat Carsten noch was gesehen, wo gehen wir denn hin, Carsten? Komm, wir gehen mal hoch. Kommt mal mit, liebe Leute. Kommt mal mit. Und oben auf dem Hügel. Also nicht den Hügel, sondern ein Hügel weiter drüben. Da oben, da wo der Philipp gerade hinläuft. Genau. Dort steht noch mehr. Genau. Ich gehe mal mit Lanskippen gucken. Oh, da steht. Wir wünschen euch allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich für die tolle Zeit mit euch im Jahr 2021. Bleibt alle gesund und munter. Das steht hier oben. Da haben wir ja die Schilder, die hier leuchten. Und dann können wir ja auch mal hingehen. Und ich habe mir gedacht, wir machen euch noch ein schönes kleines Video hiermit. Dass ihr auch alle dann noch Bescheid wisst, bevor ihr natürlich feiern tut. Und bevor das ganze Handynetz zusammenbrechen sollte. Und da haben wir uns hier die Schilder hingesetzt. Und kann man auch hier von Weitem gehen. Also hier ist das schon cool, auf jeden Fall. Wie gesagt, wir wünschen euch. Ja. Ich wollte Sachen. Wenn euch das Video natürlich gefällt, könnt ihr auch in die Kommentare was kommentieren, wie euch das Video gefallen hat. Genau. Aber wie gesagt, da rennt Carsten rum. Genau. Und wie gesagt, wir wünschen euch allen einen guten Rutsch. Kommt gut durch das Jahr 2021 in das Jahr 2022. Bleibt natürlich alle gesund und munter. Und bleibt natürlich alle so wie ihr seid. Und wie gesagt, ich bedanke mich sehr für die tolle Zeit. Für die ganzen Abos und so weiter. Vielen lieben Dank auch an die Partner, die wir hier noch haben. Und wir verabschieden uns hiermit im LS19 im Jahr 2021. Und würden euch willkommen heißen im Jahr 2022. Mit euch auch gerne mehr. Und wie gesagt, damit sind wir auch raus für heute. Und wünschen euch noch eine schöne Zeit. Feiert gut. Und rutsch du gut durch. Und wir sind dann weg. Ciao, ciao, liebe Leute. Ciao, ciao, liebe Leute. Guten Rutsch.